So, meine sehr verehrten Freunde, wir sind ein weiteres Mal zurück hier im Finsterwurzgarten, wo wir letztes Mal die Tür von Artorias geöffnet haben und natürlich ist mein Headset genau jetzt leer, natürlich. Ah, Moment, Moment, Moment. Warum soll auch einmal eine Aufnahme super starten? Das wäre ja zu schön. So, ja, dieses Mal aber haben wir den schönen Vorteil, dass ich mir ein neues Kabel besorgt habe für den Controller und dieses Mal können wir, jetzt habe ich die Playzie angemacht, was soll das denn? Ich sage ja, heute läuft nichts oder nie läuft irgendwas so, wie es soll. Ja, diesmal heiles Controller-Kabel, das heißt, wir gehen hier rein und irgendwie gibt es einen Trick, dass die Geister hier runterfallen. Probieren wir natürlich aus, ne, also... Ah, wo bleiben sie? Also man kann hier wohl ganz easy irgendwie... Die fallen wohl ganz gerne hier runter. Nein! Hu, 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 ich fall da ganz gerne runter. Boah! Okay, der ist gerade, äh... Der hat sich verabschiedet. Die Geister kommen wohl... Alter, 3000 Seelen! Ja! Äh, die Geister kommen wohl auch nicht wieder. Nur diese normalen Menschen, die können neu spawnen. Äh, aus Menschlichkeit. Ja, wozu denn? Die Geister sind tot? Oder der? Hier gibt es ja, äh... Einen Menschen gibt es hier noch und einen weiteren Geist. Äh, Maus in die Ecke. Gucken wir mal... Wo? Sehr weitläufiges Gebiet hier. Ich habe auch keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ich weiß bloß, hier kann man jetzt sehr gut Seelen farmen. Und... Ja, das versuchen wir doch mal. Hu! Alte! Oho! Hu! Nicht mit mir, ihr Bitches! Nicht mit mir! So haben wir ja nicht gewettet, Freunde. So haben wir nicht gewettet. Nein! Da fall ich da ganz runter! Lol, die sind mir in die Ecke fallen. Krieg die Seelen drauf. Trotzdem. Vom Tytanit-Dämon. Das sind diese Skorpion-Viecher. Schildbrecher. So, jetzt gucken wir mal, was hier wiederkommt. Der Magier. Alter, der hat voll... ...fette Magie. Hohoho! So, du Bitch. Du bist meine Bitch. Aua! Scheiße! Puh, du bist nicht meine Bitch. Boah! Lass mich in Frieden, Junge. Aua! Aua! Huuu! Guck mal dir. Weg! Alter, die haben aber auch eine Menge Leben. Jetzt kauere ich nicht so in die Ecke. Tschüss. Loop. So, nochmal schnell einen Hinterkippen. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt weiterkommen. Gute Frage. Kriegen wir die jetzt hier, äh... Kriegen wir die, äh... Angelockt oder... Wie muss ich das verstehen? Wo ist er denn? Guck, guck. Ich höre ihn auch noch nicht. Doch, ich höre ihn. Da. Ganz versteckt ist der Hund. So ein wieser Motherfucker. Komm, 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 komm. Put, 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 put. Put, 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 put. Put, 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 put. Und... Der ist gerade selber da runtergesprungen. Huh. Fuck you. Der auch. Alter, ist das knapp. So, komm, komm, tritt und tritt. Aua. Das war kein guter Tritt. Und... Kein Tritt. Tritt. Nein. Weg. Weg. Scheiße. Alter, das wird doch hier nix. Nochmal. Nein. Ah. In die Fresse. Und... Tschüss. Alter. Wir haben alle besiegt. Jetzt ist die Frage, kommen hier noch mehr? Oder war es das jetzt? Sind das die letzten? Und die Frage ist auch... Alter, diese Katze geht mir jetzt so langsam richtig auf den Sack da hinten. Äh, die Frage ist natürlich auch... Gibt's hier ein Feuer? Kommt hier ein Endgegner? Ich will jetzt nicht die 19.000 Seelen, ne? Das ist schon... Ich mein, wir haben 20.000 für Artorias Siegel bezahlt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also hier kann man ganz gut farm. Und wir sind auf jeden Fall nicht bei der Hydra. Glaub ich. Enges Gebiet. Ah! Da kommt wieder eine. Der scheint aber relativ langsam zu sein. Aber das sind so die Klassen, die wir auswählen können, ne? Fuck. Immer schön in den Rücken rein. Ohoho. Aua. Aua. Bäääää. Bääää. Hä, 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 du kleiner Noob. Der gibt nur 1000. Schade. Naja, äh, vor dir famose Falle. Gefahrenzone. Na, das hört sich ja wieder super an, Alter. Ich seh schon kaum, die 20.000 Seelen sind weg. Braust-Hinterteil? Hä? Ich hab irgendwie das Gefühl, wir nähern uns dem Wolf. Keine Ahnung warum. Aber der soll ja auch hier irgendwo im finster Wurzgarten sein. Übrigens mach ich diese Aufnahme wieder so ohne... Schnickschnack, äh, Folgen an und ab Moderation. Einfach, äh, solange ich Bock hab. Oh, da drüben kommen wir nicht mehr hin, oder? Man hört, hier da unten ist Wasser. LOL! Da ist schon wieder eine. Was bist denn du für eine? Das sind mehrere schon wieder. Uh, das sind mehrere. Was leuchtet hier so schön? Was ist das? Äh, und warum kommen die mir nicht hinterher? Huhu, Geist, wo bist du? Oh, da ist er. Aua, alte. Der haut ordentlich Schaden. Der haut richtig ordentlich Schaden. Lass mich in Ruhe, Mama. Das ist unsere Anfangsklasse. Alter! Der macht mich mit einem Schlag down. Der killt mich. Der killt mich. Der killt mich. Du Wichse. Hoho. Das kann ich auch. Alter, ich kann den hier auch nicht treten. Der gibt mir einfach eine. Hoho. Du, Homo. Ich hab aber bloß noch einen Flakon. Da kommt er. Alter, der fickt dich. Hehehe, tschüssi, Lee. Ich würd ja sagen, wir gehen erstmal. Puh. Ne, und so. Bäuch so. Äh, mehr Stärke. Ich hab sogar ne Menschlichkeit, die könnte ich benutzen. So, wer ist denn jetzt alles wieder da? Der Magier, ne? Den kriegen wir doch auch so platt. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, der Magier ist wieder da. Zack. 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 Oh, wo kommt denn der zweite Hoshi da jetzt her? Der zweite Hoshi ist ein Geist. Die Geister machen mir Angst. Die machen mir ganz dolle Angst. Ach, das ist der olle Magier. Der kann mich mal. Alter. Zu zweit ist mies. Zu zweit ist mies. Zu zweit ist mies, hab ich gesagt. Du Wichse. Äh, falscher Knopf. Weg. Alter. Nein, die sind beide noch da. Alter, fickt euch doch. Alter. Ganz ehrlich. Diese Scheißviecher, ne? Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, was mich da hinten erwartet. Ich mein hier, pipapo, gut fahren und so. Ja, kein Ding. Kein Thema. Kriegst du mich nicht? Und komm her, du Homo-Fürst. Ich will mich halt so hin, dass der andere nicht gleich kommt. Einzeln wird man mit denen fertig. So. In dein verdammten... Kack, Arsch. Zack. Nochmal. Und. Alter. Wie dir das einfach kontern, wenn man... Ah. Weg mit dir. Krieg ich auf das 5? Scheiße, ich hab mir auch noch nicht gekindelt. Äh. Naja. Toll, der Ritter ist davor mit runtergefallen, ne? Für den haben wir jetzt gar keine Seelen dann gekriegt. Jetzt frage ich mich ja... Oh, hab ich mich erschrocken. Meine Freunde, ihr lebt auch noch. Äh. Fressel mein Feuer, du kleine Bitch. Oh. So. Down mit dir. Down. Da ist noch eine. Hey, du kleine Bitch. Alter. Seit wann haben die so eine Rankenarme? Dafür kriegst du zweimal Feuer ab. Und. Down. Da ist ja noch so ein Freak. Da sind zwei Freaks. Puh. Du Homofürst. Nicht mehr. Aua. Scheißnoob. So, jetzt sind wir gut. Gut. Moosklumpen mit Blume. Ich muss mich... Alter. Gibt's hier vielleicht mal ein Feuerchen? Blutroter Moosklumpen. Da drüben ist die Burg. Alter. Bin ich hier im Kindergarten von denen oder wat? So nicht, du... Homo. Aua. Boah. Alte. Homofürst. Nein, das ist doch ein Witz. Da killen die mich. Alter, ich hasse diese Viecher. Huch. Das war meine Flasche. Alter. Ich glaub das nicht. Das Schlimme ist, jetzt müssen wir da hinkommen, um unsere Seelen zu kriegen und die Menschlichkeit. Das heißt, ich muss mich anstrengen. Mach ich nicht so gerne. Ey, du Homofürst. Du gehst mir ganz schön auf den Zeiger, weißt du das? Oh, falsche Magie. Uh, seine macht mehr Schaden. Finde ich jetzt nicht so cool. Dein verdammter Ernst. Ey, ich wollte grad sagen, der bleibt jetzt da stehen und schießt. Oh, das ist doch nicht so cool. Äh. Tschüssi. Ähm. Aua. Süßer Arsch. Ich kann von hier jetzt auch nicht auf den raufspringen. Ich steh gefährlich nah am Abgrund. Ist klar, durch die Treppe durch. Du willst mich doch wohl rollen. Du miese Hure. Hehe, 147. Ist nix. So. Mieses Stück Kot. Da hinten. Ich seh ja mich. Ich seh auch die scheiß Büsche. Spawn die nicht neu? Bist du nicht? Du bist doch ein Busch. Sag ich doch. Hey du, Homo-Busch. Da hinten läuft auch wieder so eine rum. Man muss bei den Viechern echt vorsichtig sein. Man darf die nicht unterschätzen. Boah. Alter. Die musst du auch ordentlich treffen. Ansonsten bist du am Arsch. Oh, noch eine. Okay. Alter. Wo kommen die alle her? Ihr seid doch scheiße. Und down die Notte. Alter, da kommen doch auf einmal 50.000 von denen. Ich seh hier doch noch mehr. Hier ist doch auch eine. Sag ich doch. Die machen auch ihre Umwelt kaputt, seh ich grad das erste Mal. Ah, diese Moosklumpen sind gut. Die können wir ab und zu mal gebrauchen. So. Was haben wir denn da noch Schönes? Alter, bleib mal still stehen. Du, Homo. Das macht auch nicht viel. Warte mal. Äh, lass mich erst mal trinken. Ich nehm doch lieber das Schild. Und, äh. Alter. So, mit Einzelnen habe ich kein Problem. So, das Problem ist, ich habe nur noch ein Flakon und ich habe keine Ahnung, wie viel wir hier noch in dem Gebiet haben. Aber ich will das hier haben. Östliche Helm, östliche Rüstung, östliche Stulpen. Da unten ist die Hydra. Alter. Das Vieh soll ich besiegen? Fick dich. Ich weiß auch mittlerweile, wie wir zum Untotenasyl zurückkommen. Wir müssen einfach warten in dem Nest. Und wir können da auch ein paar Sachen opfern, dann kriegen wir schöne Sachen dafür. Muss ich mir nochmal eine Liste machen, was man da opfern kann. Um schöne Sachen zu erhalten. Kann ich jetzt hier unbe... Da unten liegt noch ein Item. Ich würde die Hydra gerne mal von oben sehen. Alter, hier sind überall noch so eine Buschvieche. Alter. Das kann doch nicht sein. Boah. Jetzt müssen wir hier nur hin unsere Seelen holen. Ich mache nicht nochmal die ganzen Viecher tot. Ich dachte, ich kann da jetzt schön von oben runter gucken. Also ich glaube, wer das hier nicht mehr sehen möchte, der kann erstmal für ein paar Folgen abschalten. Das wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Aber... Ja, das ist irgendwie die logische Handlung, weil wir in Sens Festung momentan nicht weiterkommen. Und wir wollen ja zwischendurch auch mal was anderes sehen, außer, äh... Tod. Äh, okay, den sehen wir trotzdem. Du Freak, jetzt komm doch mal hierher. Willst du mich eigentlich rollen? Mal Abgang. Jetzt muss ich hier schon meinen ersten Trank verballen. Tschüss. Homo. So, hier gab es aber jetzt noch den Geist. Da. Den haben wir vorher noch platt gemacht, den Typen. Alter, willst du mich eigentlich rollen? Was machen die denn für Damage? So, hier gibt es noch den Geist. So, hier gibt es noch den Geist. So, hier gibt es noch den Geist. Hier gibt es noch einen hinterhergelaufen eben, oder? Weg. Tschüss. Homo. Okay. Ich will hier keinen mehr laufen, aber das sah ihm so aus, als wenn hier noch einer kam. Okay, ich sehe da hinten meine... Seelen? Die hole ich mir jetzt. Ich hätte gerne von hier oben runter geguckt, aber... Ganz ehrlich? Alter, das ist mir zu viel. Ich weiß auch nicht, wie lange die einen hinterherkommen. Ich glaube, die lassen uns in Ruhe. Ich glaube, 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 auf der Seite haben wir so gut wie alles. Aber guck mal, der sitzt da wieder... Wo kommt der denn her?! Wo kommt der denn her?! Ihr Homos! Naja, da soll mir eigentlich recht sein, ne? Ein paar Level. Kann man eigentlich immer gebrauchen, glaube ich. Alter, was habt ihr da unten für einen krassen, äh, Magie... Magie-Effekt! Alter, fick dich doch! Uh! Oho! Habt ihr... Nein! Habt ihr die gekonnten Moves gesehen? Das Problem ist, ich hab kein Leben mehr. Alter, Scheiße! Also den Bogenschützen da und den anderen, den, den, den lass ich jetzt mal. Ich guck einfach mal, dass wir hier weiter können. Bohnenstange. Oh, pfff. Ist es nicht so, dass du nie, dass du fährst gut zu finden? Aber kommst du nicht für die Grabe von Sir Artorias? Mein Tipp ist wahr. Vergiss das. The legend of Artorias art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairytale, of thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Lone, I say. A result most heathenish and gross. And there is nothing more to say about this tedious reckoning. Be gone from here. Pernicious catiff. Be gone from here. Come here. Come here. Come here. Come here. I am not sure. Come here. Come here. Come here. Ich glaube, hierfür sind wir noch nicht bereit. Ich gehe einfach mal zurück. Und übrigens haben wir einen Schmied übersehen. Und zwar in den Katakomben. Da habe ich damals noch gesagt, ich habe einen Schmied gehört. Ja, da ist auch tatsächlich eine. Und dann haben wir schon fast alle Schmiede gesehen, die es im Spiel gibt. Also es gibt drei Stück, ne vier Stück. Zwei haben wir schon gesehen. Dann gibt es halt noch den einen in den Katakomben. Und ein Anor Londo. Oh, ich habe eine Nachricht. Das heißt, ich mute mich mal kurz. Oder ich gucke mal. Vielleicht sehen wir uns gleich in den Katakomben beim Schmied. Oder in Sands Festung. Also bis gleich. Tschüss.